willkommen zurück zu programmieren 2 wir haben uns im letzten video die klasse spieler erstellt und ein wichtiges konzept in der modernen software entwicklung ist das automatisierte testen das heißt dass man nicht mehr sein programm startet um dann eine einzelne funktionalität die man gerade hinzugefügt hat zu überprüfen indem er sich manuell durch den client bewegt durch mausklicks oder tastatureingaben und so weiter sondern man erstellt seine objekte zu den klassen die man gerade geschrieben hat in speziellen testfällen und überprüft dann ob man das ganze eben oder ob sich die die objekte so verhalten wie man das in seinem code spezifiziert hat so und es gibt mehrere tests arten die man da machen kann das sind so genannte end-to-end tests das heißt in diesen tests fährt man wirklich das komplette system automatisiert hoch lässt dann den computer einen bestimmten button drücken und vorher noch was in der textbox eingeben und schaut dann ob das eine gewisse reaktion im system herbeigeführt hat also hier geht wirklich komplett einmal von anfang bis ende durch das entsprechende system durch das werden wir hier jetzt nicht machen dann gibt es noch sogenannte integrations tests das ist ein level tiefer hier werden mehrere objekte im verbund getestet üblicherweise vielleicht auch noch mit einem externen system dran also dass wir hier eben vielleicht eine datenbank mit dabei haben die wir ansprechen oder einen web service wie die twitter api beispielsweise die wir mit ansprechen all das kann man eben in integrationstests machen das werden wir jetzt vorerst auch nicht machen eventuell kommen wir noch dazu und das was wir jetzt erstmal machen werden für die spieler klasse ist ein sogenannten unit test und oder unit tests im allgemeinen kann man das auch nehmen und diese testen wirklich eine klasse in isolation und genau das schauen wir uns jetzt mal an wie das aussieht bei uns wir erstellen hier jetzt eben noch ein neues projekt das hier eben ein können das hier unter tests hoffentlich finden da finde ich wahrscheinlich schneller hier ein unit test project und das nenne ich einfach 4 gewinnt core tests und wir werden ms test als unit testing framework verwenden es gibt noch alternativen wie zum beispiel xunit die ich im allgemeinen vorziehen würde aber da ms test direkt bei visual studio mit dabei ist müssen wir uns jetzt nicht darum kümmern wie wir die anderen frameworks wie n unit oder xunit für dotnet applikationen einrichten können wobei es auch sehr einfach ist über new get ok was ich jetzt machen werde ist dass ich diese klasse hier spieler tests nenne und prinzipiell möchte ich jetzt erstmal den sogenannten happy path also alles geht gut wenn ich diese methode hier aufrufe spiele zug auf spieler genau das möchte ich jetzt testen und dann nenne ich diesen test auch mal spiele zug entfernt ein element aus den spielsteinen wir haben hier eben dann die möglichkeit dass wir uns einen spieler erstellen das ist das sogenannte test target bei mir und damit wir die klassen die wir in diesem projekt hier oben haben natürlich nutzen können muss ich erst eine referenz auf 4 gewinnt core herstellen und hier muss ich jetzt eben einen namen an den spieler übergeben und wenn ich keinen konkreten namen braucht dann benutzt man eben diese üblichen abkürzungswörter für wie fu oder bar oder bas und so weiter und hier möchte ich dann eben auch eine spielstein collection erstellen entschuldigung eine neue liste von spielsteinen die ich hier jetzt mit übergeben kann so der spielstein den haben wir jetzt hier noch nicht drin der hat irgendwie eine farbe das interessiert mich hier jetzt aber noch nicht diese spielsteine können wir jetzt eben hier mit reinsetzen ich mache hier mal zwei spielsteine mit in diese liste rein und dem anschluss werde ich eben hier spiele zug aufrufen und hier muss ich jetzt eben eine spalte bekommen das heißt auch diese spalte werde ich mir hier mal erstellen und dann nehme ich eben an dass sich beim spielstein spielstein der account hoffentlich hoffentlich einmal geändert hat das heißt oder eigentlich können wir es auch tatsächlich so testen dass wir hier sagen spielstein obwohl das ist nee der test ist nicht so gut ich werde das hier doch so initial count ist spielstein im account das verändert sich ja mit wenn der spieler diese liste hier manipuliert das heißt ich würde hier sagen initial count minus 1 und wir sagen dann test target spielstein im account dass sich das hier eben verändert haben muss und dann schauen wir uns das ganze mal an ob dieser test jetzt hier tatsächlich funktioniert wir gehen mal in den test explorer und erstellen unseren test oder unsere ganze solution der sollte dann eben diese methode nach einiger zeit finden und wir können diesen test ausführen und sehen dass er noch fehl schlägt und wir sehen hier eben dass wir hier noch das problem haben dass die spalte zwar diese methode las spielstein fallen hat aber die wirft noch eine exception und das ist jetzt das problem und das ist jetzt das problem was wir hier haben wir programmieren gegen die klasse spieler und gegen die klasse spalte hier in diesem test und spalte haben wir eigentlich noch gar nicht implementiert und was wir hier machen sollten ist eben dass wir die spalte mit einem sogenannten test double den namen kann man sich auch mal merken das ist ein objekt das so tut als wäre es eine spalte was es aber letztendlich gar nicht ist die spieler klasse kann aber dieses element dann aufrufen und damit wir das hinbekommen müssen wir zwei sachen machen erstens wir müssen ein interface einführen was ein spalte heißt warum damit wir polymorph gegen diese spalte hier programmieren können das heißt ich mache ein neues interface das da heißt ein spalte und dieses interface hat eben auch genau diese methode und wir lassen uns hier eben eine spalte übergeben und und dieses interface soll bitte auch von dieser spalte implementiert werden wenn ich sie finde ist sie noch im spiel nein einen moment bitte schauen wir nochmal hier hin ach nee ich habe es bloß übersehen so was wir jetzt aber machen können ist dass wir hier einen sogenannten test double erzeugen der jetzt mehr oder weniger erstmal nur ein dummy ist aber dieses ein spalte interface implementiert aber es passiert ehrlich gesagt noch nichts wenn dieser wenn diese methode aufgeführt wird und anstatt wir eben dass wir hier diese spalte mit übergeben erstelle ich hier einen spalten dummy und der kann genutzt werden damit eben die spieler klasse diese methode aufrufen kann ohne dass die exception fliegt also wir sehen ja hier nochmal dass genau an dieser stelle die exception geflogen ist weil wir innerhalb der spieler klasse hier die lasse spielstein fallen methode aufgerufen haben und deswegen ist unser code hat der eine exception ausgelöst weil dort eine not implemented exception geworfen wird ok dann schauen wir nochmal an ob dieser test jetzt grün wird und das wird er tatsächlich im prinzip haben wir jetzt eben in diesem einen test überprüft ob der count herunter gesetzt wird das ist im prinzip diese sache hier die wir hier haben genau das können wir jetzt eben überprüfen so und punkt 2 den ich noch prüfen möchte ist eben dass wir die spalte tatsächlich aufrufen ähm lasse spielstein fallen wird von spiele zug aufgerufen also das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch ausgedrückt man könnte das noch besser in eine sprache der des spiels der eigentlichen domäne eben bringen indem wir sagen spiele zug lässt einen spielstein fallen so vorher war das ein sogenanntes dummy objekt weil wir quasi hier eine implementierung angeboten haben aber hier passiert eigentlich nichts was wir jetzt tatsächlich haben möchten ist ein sogenannter mock das heißt ich werde jetzt auch diese klasse hier mal verändern und was jetzt hier passiert ist dass diese implementierung mit zählt dass er aufgerufen wurde also ich habe hier eine int war ein insfeld das eben heißt lasse spielstein fallen auf oder vielleicht kann man das noch anders nennen anzahl das ist spielstein fallen aufrufe und hier zähle ich im prinzip bloß mit wie oft das aufgerufen wurde und ich rufe jetzt oder biete hier jetzt eben noch eine methode auf diesem mock objekt an die eben sagt anzahl oder lasse spielstein fallen genau einmal aufgerufen so und hier gibt es eben eine get methode die eben überprüft ob das anzahl lasse spielstein fallen aufrufe gleich eins ist genau und mit diesem mock kann ich jetzt eben im zweiten test den ich mir jetzt hier mehr oder weniger einfach mal kopiere also ich habe hier eben eine liste von spielstein die ich hier eben wiederum erstelle und ich gebe diesen mock mit rein den ich mir aber jetzt hier als objekt tatsächlich halte und diesen gebe ich jetzt hier eben an die spielezugmethode als parameter über und meine annahme hier unten ist jetzt eben tatsächlich dass ich sage spalte mock wurde genau einmal aufgerufen und das muss eben jetzt wahr sein ansonsten schlägt dieser test fehl so und dann versuchen wir wieder alle tests laufen zu lassen und sehen hier auch das funktioniert wir brauchen jetzt diesen initial count nicht mehr in diesem test aber wir sollten eben sicher gehen dass dieser test auch genau das überprüft was wir hier eigentlich also eben dass das spielstein fallen aufgerufen wird und das heißt der test müsste fehlschlagen wenn wir diese zeile hier jetzt aus kommentieren und genau das passiert eben auch spielzug lässt einen spielstein fallen wird ist jetzt eben hier ein spiel geschlagen ein fehlgeschlagenen test warum weil eben diese methode hier nicht aufgerufen wird wenn ich die wieder entkommentiere haben wir wieder diesen punkt hier wir könnten jetzt eben noch testen dass wir auch diese if bedingungen richtig geschrieben haben aber das werde ich jetzt nicht machen weil der guard clause wurde automatisch von meinem code unterstützungs tool resharper erstellt und deswegen werde ich diesen code hier nicht testen weil ich davon ausgehe dass er richtig ist und damit haben wir eben unsere unit tests für unsere spieler klasse jetzt erstmal korrekt erstellt und damit sind wir am ende dieses videos angelangt wir werden uns dann in den nächsten videos damit beschäftigen wie wir denn das spielbrett schritt für schritt aufbauen können jetzt sage ich aber erstmal vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis bald